Hallo, herzlich willkommen bei Destillatium. Mein Name ist Sonja Humann und ich möchte euch heute kurz die Essenz vorstellen. Das ist diese wunderschöne Destille. Die Essenz ist eine wunderbare Allzweckdestille, weil wir mit ihr sowohl mit als auch ohne Aromakorb destillieren können. Zuerst möchte ich aber euch erstmal die Einzelteile zeigen. Also, sie besteht aus einem Kessel, wo entweder unser Wasser drin ist oder unsere Maische, wenn wir in Österreich destillieren. Dann haben wir einen Aromakorb, der hat hier ein festes Lochsieb. Das verwenden wir beim Destillieren von ätherischen Ölenhydrolaten oder aber bei Geisten oder der Ginherstellung, wenn wir Alkohol aromatisieren möchten. Zum anderen hat sie einen Hut, der passt sowohl direkt auf dem Kessel als auch auf dem Aromakorb. Außerdem haben wir hier noch ein kleines Distanzrohr, um sie schön aufstellen zu können und einen Schlangenkühler. Also wir haben im Becher eine Kühlspirale, hier kommt der Dampf rein, hier haben wir den Auslauf und auf der Seite haben wir einmal das Kühlwasserzulauf und Kühlwasserablauf. Der Aromakorb, wenn wir ihn verwenden wollen, kommt halt direkt auf den Kessel. Darauf kommt unser Hut. Und seitlich haben wir dann den Kühler. Und seitlich haben wir dann den Kühlwasserzulauf und Kühlwasserzulauf und Kühlwasserzulauf.